Ja, herzlich willkommen zu Nicht-Verzeigen-Peter-Fragen. Ihr seht es an meinem Outfit, ich genieße die letzten warmen Tage und möchte euch jetzt so am Ende des Sommers wieder die ersten Tipps geben. Wo kann man denn studieren, wo kann man sich orientieren? Und da eine Möglichkeit, sich wirklich zu orientieren, ist der niederländische Hochschultag. Am 15.11.2022 startet der. Da wir nicht genau wissen, was passiert denn da, wieder mit diesen Corona-Maßnahmen, werden wir ihn wieder online machen. Wir setzen jeden Tag ein Video rein und ihr kriegt da alle Informationen rund um das Studieren in Niederlanden. Und im Vorfeld will ich euch schon mal über einige interessante Studiengänge informieren, die ihr da auch nochmal kennenlernen könnt und auch noch mehr Informationen kriegen könnt. Hier geht es um den Studiengang Tiermanagement. Das ist ein vierjähriger Studiengang an der Fachhochschule VAL van Haal-Lahnstein. Und es ist so, dass Tiermanagement natürlich so eine Sache ist, findet man dann hinterher einen Job und kann man dann hinterher in dem Beruf arbeiten? Das ist eine ganz wichtige Frage. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass aufgrund der internationalen Krise für uns überhaupt keine Prognose mehr möglich ist. Was wird dann in Zukunft noch zukunftsrechtlich sein für einen Job? Welche nicht? Welche Berufe? Und von daher ist mein Credo im Moment, macht das, wo euer Herz hingeht und studiert das, was für euch wichtig ist. Und da würde ich sagen, Tiermanagement, also sind Tiere eure Leidenschaft, dann ist das natürlich eine ganz wichtige Geschichte, daran mitzuwirken. Es gibt natürlich verschiedene Spezialisierungen. Es gibt das Wildlife-Management, wobei es das eben auch Wildlife immer weniger gibt. Oder es gibt natürlich auch mehr in Richtung Nutztiere. Es gibt das Domestic Animal Management, gibt es in dem Bereich. Das sind also alles so Geschichte, Tiere so im Grunde genommen in der Urbanität zu integrieren, ist natürlich da auch eine ganz spannende Geschichte. Manchmal sind es nicht so nett. Bei mir zu Hause waren zwei Marderhunde, kannte ich vorher nicht. Und dann haben die alle meine Agaponiden aufgefuttert. Das war dann nicht so nett. Aber es ist dennoch, es ist ganz interessant, Tiermanagement sich anzuschauen. Das ist halb vier Jahre. Im ersten Jahr natürlich wie immer, Basisprogramm, da lernt ihr zu studieren. Der Schwerpunkt im zweiten Jahr ist entweder Wildlife-Management oder eben Domestic Animal Management, jeweils Wahlmodule, die ihr da nimmt. Dann gleichzeitig macht ihr schon im zweiten Jahr ein Erfahrungspraktikum. Im dritten Jahr wird das Ganze weitergeführt. Und im dritten Jahr macht ihr dann auch noch einen Schwerpunkt in diesem Schwerpunkt. Und im vierten Jahr ist es so, dass man das Abschlusspraktikum und die Abschlussarbeit schreibt, die Bachelorarbeit, jeweils 60 ECDS. Und der Vorteil in den Niederlanden ist, sie prüfen euch auf Herz und Nieren. Das heißt, es wird im ersten Jahr geguckt, seid ihr überhaupt geeignet für das Studium. Und wenn ihr dann eben die geforderte Zahl von ECDS nicht macht, dann wird euch auch gesagt, hör besser auf, das hat keinen Zweck. Berufsaussichten, wie gesagt, Mitarbeiterbildung, Erziehung, Naturmuseum, Betriebsleiter in einem Tierbetrieb, Zoo zum Beispiel. Dann natürlich Pferdestationen, Pflegezentrum für Tiere, Kosmetikzentrum für Tiere. Mitarbeiter natürlich sehr stark in Sachen Umweltpolitik, Wildlife-Politik. So, vier Jahre dauert das Studium, Fachhochschule von Hallernstein, VRL. Findet statt in Leowaden, das ist so die, ich sag das mal, die Hauptstadt von Friesland. Sehr schöne Stadt, direkt auch an der Küste gelegen. Der Studiengang findet auf Niederländisch statt. Niederländisch ist jetzt nicht so schwer, kann man sehr einfach lernen. Man muss im Grunde genommen einfach mal sechs Jahrhunderte zurückgehen. Die zweite Lautverschiebung macht man da nicht mit und dann spricht man schon Niederländisch. So, für einen Deutschen sehr einfach zu lernen, bieten sie extra Kurse für an. Und ihr könnt also auch bei uns auf dem YouTube-Kanal drei Erfahrungsberichte gucken. Einmal von Charlene, von Theresia und von Helena. Guckt euch das an. Informationen gibt es alle unten. Und mehr Informationen gibt es auf www.niederländischer Hochschultag am 15.11.2022 hier auf der Webseite, die unten angegeben ist. Und ansonsten genießt noch das schöne Wetter, solange es geht. Und dann geht es weiter.